wir sind wieder bei pokémon so es geht weiter freunde ich habe wirklich nix gemacht seit dem letzten mal und wir wollen jetzt den captain suchen und er dürfte hier sein wir können hier rein kommen muss man auch zahlen für so eine scheiße naja die quatsch ich jetzt nicht an ob er das ist ob er das ist wir sprechen an ja wenn du brixus der bin ich du musst die stücke muss die stücke sein ach lesen ich besuchen das müssen die stücke sein die ich bei mr trubben dem von devon bestellt habe dankeschön das ist großartig nun können wir unsere expedition vorbereiten und wir werden überfallen warte das ist noch viel zu schwer vor das ist noch viel zu schwer für euch wir nehmen das an uns was wer seid ihr wir sind die magma unser boss will diese dinge haben also hört auf zu labern und lasst die teile über überwachsen ja mal gucken was der drauf hat nur 1 kam auf dieses komische kamelvieh nun gut doppelkick das ist ja unheimlich effektiv noch ein doppelkick und getroffen jaja ja ja oh man was für ein desaster der boss wird verdammt wütend sein kreier pah du waschlappen ich werd das ding schon schaukeln super trottel da 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 uch der hat 2 ein zuwand ah ich lach dich aus und kampf glute attacke berner ins Gesicht das erlebt ihr noch nein, kein Superschall ich hasse Superschall jawoll yay und schon wieder in Kamera nein, ich möchte nicht wechseln na komm komm, komm, komm ja, wir machen es wieder mit Doppelkick fertig dance, dance ah Jungblut, du bist scheiße warum hast du nicht 2kp mehr abgezogen jawoll Schnabelattacke bam ist das Vieh tot dance was ich habe auch verloren und wir gewinnen wieder warum gibt der weniger der hatte 2 blöder Typ und nun wenn wir die Stücke nicht bekommen können wir uns auf etwas gefasst machen arg ich hatte nicht damit gerechnet dass ein nervenes Kind meine Nerven nervt oh Mann und wer kommt da ich bin gekommen um zu sehen warum ihr so lange braucht und was sehe ich ihr Idioten lasst euch von einem kleinen Kind die Suppe versalzen ich bin Mark von Team Magma Himmel noch mal warum mischst du dich in die Pläne von Team Magma ein Pokémon Menschen alles lebt an Land deshalb versucht Team Magma die Landmassen der Welt zu vergrößern meinst du nicht auch dass wir wirklich etwas großartiges vorhaben nun wie auch immer du bist noch sehr jung daher kannst du unsere noblen Ideale noch nicht verstehen da kann man nichts machen aber solltest du uns noch einmal in die Querer kommen werden wir keine Rücksicht nehmen dann solltest du das solltest du nicht vergessen leb wohl mein Gott hat der eine große Schnauze du bist ah du bist Zerog wow das war richtig eine richtig kritische Situation danke dass du uns gerettet hast oh fast hätte ich es vergessen dass du uns die Teile von Devin gebracht hast juhu unser Paket ist jetzt beendet hoppla wir dürfen keine Zeit mehr verlieren wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen ja das wird später noch wichtig danke und entschuldige mich nun ja und er ist weg ja hm ja toll tschüss ja einer noch da was will der eija was machst du hier ich ich bin von Team Magma du hast mich in den Boden gestammelt erinnerst du dich hier das ist für dich vergeben und vergessen hä ok machen wir was Neues wir besiegen die Böse und kriegen dafür für die Neues oh verdammt du hast unsere Pläne zunichte gemacht ich wollte als Ausgleich etwas mitgeben mitgehen lassen aber warte du bekommst deine Bogen ach ja ähm ok Trottel so ähm was können wir hier in GraphicPod City noch machen ja hier ist glaube ich nur der Wettbewerb das ist der Hafen so können wir weiter auf die nächste Runde äh ein Trainer ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Trainer vorlesen nur die wichtigen also nur Team Magma wenn ich da weiß dass da noch was kommt oder wenn Arena Leiter oder wichtige Charaktere sprechen also sonst würde dieses Let's Play viel zu lange dauern Glutattake das ist ätzend Glutattake Bats noch eine was nein ach ich hasse es wenn sie Bären tragen eine Sinierbäre Glutattake auf dem Level ist sie noch sehr hilfreich ach ich setze sie trotzdem nicht ein lass mich verarschen Glutattake Passiert und kann nicht angreifen Blutattake verarsch mich nicht komm schon kann ja sie wahr sein und der ja scheiß drauf ich setze Spezialangriffe ein leck mich hab ich noch was scheiß drauf Bäm kriegst du ein Hyperheiler ist doch nicht wahr ey wie oft war das jetzt drei viermal hintereinander das ist doch nicht normal boah ich hasse dieses Vieh ich töte dich du blöde du blödes Vieh du blödes Vieh das kann ja nicht wahr sein ich verreckt euch nicht gegen ein Plusse komm mach es fertig das ist doch nicht wahr jawohl Level 19 Minum ja ich möchte wechseln dann habe ich irgendwas sehr effektives gegen die versuchen wir es mal mit Trassler los Trassler Mads ist doch nicht normal ey toll erkennt Minus Konfusion komm ins Gesicht mit was zum Geier egal ich zieh mehr ab als er mir scheiß drauf wenn er keine Donnerwelle macht oder so einen Scheiß der hat auch eine Sinnebeere ich glaub's nicht das ist doch jetzt nicht wahr das ist verwirrt komm ja hat sich verwirrt sehr gut hat sich selbst getötet ich flitze es aber noch mal ins Pokemon Center Hey Trassler entwickelt sich jawoll ... ... ... Glückwunsch Herr Trassler wurde zu Kyrgyz jawoll So, ich mache hier kurz Pause Ich renne nur mal kurz ins Pokémon Center Und hole vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten Bis gleich